Die Toilette hat zwei Teile. Ein Teil ist für das große Geschäft. Dort haben wir unten einen kleinen Eimer und wenn der Eimer voll ist, dann tauschen wir diesen Eimer aus und der volle Eimer kommt dann in eine Versorgungskapsel, die dann verglüht. Das kleine Geschäft oder das flüssige, das kommt in eine Leitung und wird dann nachher nochmal aufgereinigt. Wasser ist sehr wertvoll im Weltall und deswegen können wir das Wasser nicht einfach wegkippen. Das bedeutet aber auch, das Wasser, was ich heute trinke, war vielleicht das Pipi von gestern. Das Wasser ist super, wenn ich heute trinke, was ich das Wasser nicht einfach wegkippen habe. Aber das war die Worte. Das Wasser ist ein Knie, der in die Gefahr, das Wasser ist sehr leicht. Aber das Wasser ist ein Knie.